Ein Menschen-Söldner? Bei den Orks? Sie zahlen so gut wie jeder andere. Aber nicht gut genug, um hier zu verrecken. Ich hab einen Vorschlag für euch. Ein geheimer Weg ins Bulwark als Dank dafür, dass ihr mich verschont habt. Ist das nicht? Lasst hören, wo ist dieser Eingang? Bei der alten Mine gibt es einen Reisestein, von dem aus ein kleiner Pfad ins Bulwark führt. Er ist nahe einer eingestürzten Schlucht. Versucht es. Ihr solltet direkt dorthin reisen können. Ich verschwinde jetzt besser. Die Orks werden nicht erfreut sein.